Ähm, Christian, Sebastian und ich treten gegeneinander an, während Sebastian als Spectator dafür sorgt, dass keiner... Geil, ich bin Spectator und trete an. Mega nice! Ich finde, Sepp soll doch Cheatsrichter sein. Ähm, Moment. Christian, Jonathan und ich treten gegeneinander an, als ich das gerade falsch gesagt hab. Hier ist einer! Ah! Du hast daneben geschossen! Ah! Oh shit, ey. Nein! Wo kriegst du denn dein Messer? Die Internets Domain. Lautet Punkt MQ. M wie Muschi und Q wie Qualle. Okay, wir sind nicht in Belgien. Hä? Oh, dann... MQ? Dann ist das irgend so'n... so'n... Och Gott. Alter, im Hirschrocken. Minecraft, ey! Marvel-Filme und dabei sind Peter, Christian und Sebastian und diese Folge ist... Peter ist... Peter hat gesagt, spiel doch mal nen Shooter mit Lenkrad. Dann ist es immer direkt selber eingefallen, das hat er ja schon gemacht. Und ich weiß nicht, wieso ich dabei geholfen habe, aber die Idee war dann, äh... Warum benutzen wir nicht sowas? Um einen Shooter zu spielen? Ich freu mich drauf. Äh... Ta... Also ich muss sagen, das ist ein bisschen kacke, dass du hinter Leuten spawnst, muss ich ganz ehrlich gestehen. Also... Spawnsystem ist eher uff. Ich kann doch gar nicht... Nein! Nein, ich hab zu früh gemessert! Ich hab zu früh gemessert! Nicht explodieren! Nicht explodieren! Nicht explodieren! Scheiße! Gut! Ähm... Person A. Hey Cap! Wir unterscheiden... Äh, wie unterscheiden wir die Guten von den Bösen Jungs? B. B. Die... Die auf dich schießen, sind die Bösen. Hahahaha! 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 Keine Ahnung, ob man Person A oder B überhaupt männlich oder weiblich ist. Ich hab einfach mal Quatsch gelesen. Hahahaha! Vielleicht war's auch ein kleines Kind. Ich find das immer noch ein bisschen faszinierend, muss ich sagen. Heute spiel ich mir immer nur mit den Füßen. Wobei das wird halt hier so ein... Ich hab das Gefühl, das wird so ein Dance. Aber... Ja... Ich kann nicht tanzen. Kein Toni jetzt nicht. Nee, nicht egal. Alter, was war da? Hahahaha! Jay hat schnell was ausgekackt. Okay Jay, das klappt nur beim ersten Auto. Ist hier okay? Das stimmt wohl. Peter, dein Auto ist despawned. Was? Das ist super, ne? Peter, dein Auto ist despawned. Wie? Mein Auto ist despawned! Told you! Hehehehe! Told you! Okay. Warum begrenzen wir dann nicht Leben, wenn sowieso der mit den meisten Kills gewinnt? Das ist ne verdammt gute Frage. Weil das macht dann ja gar keinen Sinn. Das ist richtig. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Wir können ja jetzt einfach unbegrenztes Leben zehn Minutenrunde hinten dran nehmen. Der Name eines Berges. Montagne Pelé. Echt? Echt? Das ist der Name auch schon. Das ist der Name auch schon. Das ist die korrekte Antwort. Echt? Jaaaa! Jay, schneller. Schade. Boah, ist das frustrierend. Na endlich, du verfickte Hurenkohle! Eigentlich muss man sagen, kommt da ja schon so ein bisschen Nostalgie-Feeling auf. Vergiss niemals, aus großer Kraft folgt große Verantwortung. Oh fuck! Das ist ja doch Spider-Man 1. Jaaaa! Wunderbar, Peter! Falsch! Spider-Man 2! Was? Das ist richtig. Spider-Man 2. Hat das Hardcore gelassen. Ja, aber der Tipp ist ja auch ein typischer Spider-Man-Spruch, aber dann hast du gesagt, ja, Spider-Man wird irgendwann kommen, da dachte ich, dann nimmst du die bei Avengers und dann doch Spider-Man, aber dann der zweite. Jaaaa! Oh, wie heißt denn der? Shikoré? Shikoré? Oh, das ist richtig! Holy shit! Das war richtig, auch noch richtig geschrieben, dieses unfassbar schwere Wort. Okay. Ja! Nee! Doch! Nee! Jay! Jay, das würde ich auch als Pyramide werten, ne, wenn zwei Autos nebeneinander unten stehen und einer draufsteht. Probleme! Probleme! Das ist ja eine Pyramide. Ähm. Für die Zuschauer. Weiterhin. Alle ein. Jay ist gestorben. Scheiße. Fürs Protokoll. Ich hab einen Putzelbomb gemacht mit dem Hubschrauber, da müsst ihr auch erstmal hinkriegen, Leute. Macht ihr mit Rechtsklick oder ohne? Scheiße. Mit Rechtsklick hab ich gemacht. Das ist lächerlich. Ich hab ja gesagt, jetzt ist vorbei. Suchen wir eine Farbe. Oh. Das ist immer so ein bisschen problematisch, aber ich glaub an uns. Rot, gelb, grün, blau. Ich glaub an uns das vielleicht schaffen. Ich glaub an uns das vielleicht schaffen. Ich sag einfach blau. Schwarz. Weiß. Nee, weiß ist keine Farbe. Nee, nee, nee. Ich muss grad sagen. Nee, ich explodieren. Nee. Nee. Hier krieg ich. Ja. Töte einen Creeper. Ich hab Kiel gemacht. Ich hab Kiel gemacht. Oh mein Gott. Was? Also den Truck auf das Auto drauf steigst. What the fuck? Ach du Scheiße. Wenn du den Truck auf das Auto drauf steigst, Peter. Der hat mich grad... Der hat mich grad... Der hat mich voll kaputt. Was ist dann? Dann kommen die Reifen von dem Truck auf den Boden. Das macht ja nicht so viel Sinn, weil dann ist... Also dann... Nein, mein Name war scheiße. Nein. Nee. Ach komm ey. Ach, mit dieser Waffe bin ich einfach echt kacke. Scheiße. So schnell kann ich... Mann, so schnell kann ich nicht zielen. Ach. Ursache für meine ungewöhnliche Farbe sind bestimmte Algen und Mikroorganismen. Oh nein. Wo war das denn nochmal? Ich weiß wo das ist. Fuck, fuck, fuck. Ha. Wo war das? Rot. Boah. Nee, rot würde ich nicht zählen lassen. An welchen See denkst du? Peter, du hast nach der Frage... Nach der Farbe gefragt. Naja, das hat er nur geraten. Du hast einfach... Du hast einfach nur geraten. Nee, tut mir leid. Scheiße. LOL. Fuck. Ich sag euch mal so, wenn es nicht Black Panther ist, welcher König könnte es denn dann sein? Wer ist denn noch König? Der König. Oh, aus Iron Man da. Der König von... Wo sind die da? Im Iran oder so weit? Oh nein. Ne, das war ein Warlord oder so. Oder ein Terrorist. Vier. Okay, hinter uns ist einer. Mir gerade egal. Ja, da ist der zweite Kill. Easy. Aber das... Craino rum. Ich war... Was wollen die mit nee? Tja, aus Gutes steigen und mir einen neuen Hubschrauber bestellen? Ja, natürlich. Der muss aber dann holen halt. Ja, Motorfehlfunktion. Der geht laufend aus. Nicht gut. Wieso bin ich denn immer so spät mit den Messern? Nein. Komm, das kam von zwei Seiten. Oh, scheiße, der war nice, Jay. Äh, Chris. Ne, Jay. Ne, Chris? Hallo. Ah, ich bin drin. Jetzt habe ich es langsam. Oh. Okay. Wie solltet ihr denn? Und das ist ja noch jeweils. Nein, warum stackt der denn hier wieder? Ach, das Messern ist sauf. Komm, es gibt um den Randbereich der Graubkismatics Spring. Du hättest einfach nur auf den Yellowstone Nationalpark klicken müssen und dann ist das das Bild davon. Oh mein Gott, das ist der C von C Smart. Ja, okay, aber. Das stimmt natürlich, aber die Wahrscheinlichkeit ist dann doch recht hoch. Aber, das wäre gut gewesen. Nice. Ja, nice. Vielleicht heißt das Ding auch Yellowstone Nationalpark. Mal so gerade nach. Nein. Ja gut, aber das kann ja auch. Da, da brennt was. Ja, moin. Als du dann einfach so ein Lavasees. What the fuck? Wo kommt der denn her? Fülle ein, einmal mit Lava. Check. Brate ein Steak. Fehlt mir noch. Hinter Tor 1 ist nicht der Zock. Ja. Also hier steht Tor. Also hier steht Tor. Wer hat ja merken, damit ich gleich nicht Tor sag. Weil Tor hatten wir ja jetzt schon. Wem? Das steht da nicht. Also. Ich denke mal, dass das wohl der hier, äh, Odin gesagt hat. Verbute ich mal. Könnte ich auch mal für wen. Für wen? Ja, sag die ganze Zeit Tor. Tor, Tor. Oh, Gott. So. Alter. Alter. Alter, fucker. What the fuck? Gut. Erstes Spiel verloren. Wie, best play. Best play war ja wohl mein Kill. Bob, ich komme. Oh mein Gott. Alter, scheiße. Ich habe auf die Web geguckt. Das funktioniert niemals. Bob, ich bin gleich da. Glaube auch nicht, Jonathan. Das sieht nicht so aus. Weh, du klauselst jetzt mein. Nee, mein Seh-Dokter. Meiner steht da auch. Den könnt ihr sonst auch benutzen. Oh Gott. Oh Gott. Ich glaube, Jonathan ist gerade gestorben. Wieso hat der denn der Schlitz ausgelöst? Scheiße, ich habe nie aus Radeisen. Stirb, du Spassi. Das ist einfach mega lustig. Ach, scheiße. Vierer. Jetzt bist du aber auch am Stüssel. Fünfer. Sechser. Siebener. Ach, komm, Jay. Fick ich. Achter. Alter, was geht dir mit? Neuner. Alter, schrei doch nicht so, Junge. Zehner. Alter, was geht jetzt ab? Jetzt bist du auch schon weg. Ich komme einfach nicht rein. Ich. Jonathan. 8, 2, 0, 7, 7. Nein. Sebastian. 8, 2, 0, 7, 4. Korrekt. Nein! Natürlich. Mann, ich war voll Anfang an auf Leipzig. So eine Scheiße. Aber du warst nicht unter der A14, also du warst unter der A14, du warst aber nicht da drüber. Genau, ich war in den, wenn du weiter südlich gehst, hast du den Hauptflughafen und dann den unteren 3 und da war ich bei dem unteren. Ich weiß, da war ich auch schon und deswegen habe ich dir gesagt, Jonathan, jetzt kommt ein wichtiger Hinweis, unter mir liegt die A14 und dann sagst du, ach nee, dann bin ich schon die ganze Zeit. Das sagt der, das sagt der Fury, sagt er zu irgendwem. Das kann sein, das könnte weg Fury sein, ich weiß es nicht. Heißt der, McFury? Ja. Den kannst du für 4,99 Euro im Kimmeralbimier kriegen. Oder komme ich da rüber? Hier komme ich doch gar nicht rüber, ich kann nicht springen, Leute. Ich kann nicht springen. Wie bescheuert ist das denn, oh man. Ja, ich komme später. Was ist ein Luftreifen? Ein Plö. Das steht unter dem Heli, oder nicht? Ja, also optimal zum... Oh, bei Christian sehe ich die zwei. Da ist die zwei. Also... Ich möchte einmal festhalten, dass das definitiv eine Pyramide ist, weil da zwei Autos für benutzt haben. Da muss ich gleich auch mal schauen. Christian, vielleicht musst du den einen noch wegholen. Ja, ja, das mache ich jetzt da weg. Habe da, 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 habe da. Oh, scheiße. Oh. Nein! Oh Gott, war das schade. Peter, gönne uns mal. Die meinen bestimmt Indien. Warte mal. Der Ganges, Leute, das ist der fucking Ganges, ich sage es euch. Hinweis 7, ja. Ich möchte da nicht drüber debattieren danach. Oh Gott. Ist, durch mich fließt der längste Strom der Welt. Ich wusste es. Nasser See. Oh mein Gott, Jonathan. Holy shit. Das ist korrekt. Ich war da nach der ersten Frage im Nasser See. Deswegen habe ich gefragt, wie heißt der Staudern. Hättest du Asuan Staudern gesagt, hätte ich direkt geklickt. Wo ist der Nasser See? Der ist im Nil. Bekannter Fluss. Danke, der Nil ist der längste. Der ist 6.000 Kilometer. Ja, der ist südlich von, südlich, äh, im südlichen Ägypten. Ist der Nasser See. So, Raw Beef. Steak. Jawoll. Brate ein Steak. Boom. Wir sind fertig. Haben alles. Stark. Wordo. Dann ist jetzt Guardians of the Galaxy 2. Oh yes. Falsch. Sebastian. Natürlich ist es Guardians of the Galaxy 1. Alter, so smart. Falsch. Das ist Guardians of the Galaxy 3. What? Was? Ist das denn überhaupt schon? Wie 3? Ja, gab es nicht 3? Hast du den schon gesehen? Wie hast du mal gekoppelt der, Sepp? Ich predikte, da kommt Mono vor. Laut meiner Auflistung steht da drin, dass James Gunn gerade noch am Drehbuch arbeitet. Also er hat es immerhin geschafft, ein Auto dahin zu stellen. Du fängst bei ein paar Sekunden an, runterzuzählen, oder? Äh, ja. 5. Wow. 2. 1. 1. Der liegt. Der war noch drin. Der liegt. Der liegt. Der liegt. Und Christian, das sind 3 Sekunden, liegt der drauf. Ähm. Kannst du mal eben kurz checken, ob das ne Pyramide ist? Ja, die rollen alle wieder durch die Gegend, aber der eine hat den anderen nicht berührt. Der lag ja drauf. Der hat den nicht berührt, die sind jetzt halt nach vorne gerollt. Ja. Ich bin grad mal gespawnt, ich wusste überhaupt nicht, wo wer ist. Lutscher. Ja. Ja. Oh, scheiße. Gut. Der fünfte und letzte Begriff steht an. Es steht Christian 3 Punkte, Sebastian 3 Punkte und Jonathan 4 Punkte. Der hat noch nicht einmal gebastert. Hahaha. Hahaha. Ja gut. Die Punkte hast du trotzdem. Ja. Zu Recht. Wir suchen... Ah. Challenge geschafft. Yay. Ach guck mal. Ja. Fick dich Spiel. Ja, jetzt droppst du die Scheiße noch, oder was? Ich geb euch den Tipp zumindest, dass wir den Film noch nicht benannt haben in dieser Folge. Hm. Noch nicht mal benannt? Also auch nicht als Antwort. Nicht mal benannt. Ach du Scheiße. Wunderbar. Also geh ich ziemlich von aus. Ja, ich wollt grad sagen, jetzt kommt sowas wie... Die hab ich komplett vergessen, weil ich die auch nicht gesehen hab. Nein, nein, das ist... Hä? Ist die Marvel? Ach so, ist die gar nicht Marvel. Ist doch DC. Ja, aber es gibt doch auch... Es gibt doch auch weibliche Marvel-Superheldenfilme. Wie heißen die? Captain Marvel. Captain Marvel. Die hab ich nicht gesehen. Vielleicht ist es Captain Marvel. Das ist Captain Marvel. Die hab ich auch nicht gesehen. Das ist... Ja. Oh nein. Warum ballert ihr nicht? Ja, hab ich halt nicht gesehen, Alter. Ich würde ja trotzdem noch mal anderes sein. Ich glaub ich da gedacht, das ist Captain Marvel, die einfach am... Die einfach so... Ja, stimmt. Also es hat so gut angefangen und jetzt empfinde ich das als belastendste Runde ever. Ich war so gut unterwegs und jetzt ist das... Jetzt fühle ich mich als wenn ich mindestens noch die Hälfte der Wörter hier hätte lösen können. Aber ich komme einfach nicht mehr drauf. Ich hab... Ich... Mh... Ich hab Kill gemacht mit der Granate. Du wirst Koch oder Filmdirektor. Warte, man muss Steuern zahlen? 90k Steuern? What the fuck? Wieso zahlt man denn so viel Steuern? Von Bildung kannst du mehr Gewalt kriegen, okay? Und der Filmdirektor wurde in Monaco oder warum zahlt der so wenig? Ja, schätzt sie weniger. Das ist aber ganz schön frech. Oben der... Okay, blau direkt down. Ja, plantet mal und versteckt euch. Wer hat denn die Bombe? Ich hab die Bombe! Alter, Peter! Einer ist durch! Einer ist durch! Einer ist durch! Ich mache ihm ein Angebot, dass er nicht ablehnen kann. Peter! Der Pate! Der Pate ist absolut korrekt. Das war zum Warmwerden. Hab ich nie gesehen. Wahrscheinlich eins auf... Eins auf Christian! Nee. Boah! Okay, also... Der Film ist ziemlich, ziemlich gut. Ja, ich weiß. Also... Kann ich empfehlen. Könnte man vielleicht sich mal angucken. Ja, ich weiß. Ich weiß noch nicht, warum ich den nie geguckt habe. Musst ihr den nicht in der Uni gucken? Okay, ich bin alleine. Direkt raus. Kein Bock auf die Wichser. Das ist ja total bescheuert, sich das hier angucken zu können. Wehe jetzt so von oben. Sieht mega winzig aus, einfach nur. Die Overspeed. Overspeed deine Mutter, Alter. Wir haben pausiert. Ja. Ja, geh mal wieder runter da. Also wahrscheinlich. Alter, wie bad... Ja, du musst richtig krass drehen aus. Du musst richtig drehen, bis das so blinkt. Also bis die Sterne rauskommen. Ich hatte ja keine Probleme. Boah, what the fuck? Nee. Wie funktioniert der halt mit dem Drehen? Hä? Einfach... Was machst du da? Nee. Wenn ich einfach klicken und loslassen, passiert mir nix. Ja eben. Das ist mir auch zu krank. Hä? Äh? Frage 3. Wann, und ich möchte ein Jahr, entdeckte Christoph Kolumbus Amerika? Oh. 1496. Äh, nee. 14 oder das ist schon mal richtig, aber... Ich dachte, das wäre... Hier da! 1472. Es gibt ziemlich viele Jahreszahlen, 1400. Ja, das stimmt. Ich lass mal meine Finger davon. Jays absoluter Lieblingsfilm. Ich habe eine Wassermelone getragen? Der ist jetzt richtig enttäuscht. Ich habe eine Wassermelone getragen. Guckt Jay überhaupt Filme? Nein. Vielleicht ist das auch ein bisschen mit Sarkasmus unterlegt, Peter, aber... Jays hat keine Lieblingsfilme, Jays findet alle Filme kacke. Dann ist er doch aus Schindlers Liste oder so. Ja, dann hat man doch die Rastung komplett gepackt. Wieso sind wir denn beide da drauf gekommen? Ich habe eine Wassermelone getragen. Wie passt denn da die Wassermelone rein? Ja, nee, gar nicht. So, jetzt geht's los. Kinder, oder? Starte Familie oder Folge deiner Berufung. Ohhhh! Sind jetzt schon Kinder? Es ist super kurz. Nee, auf jeden Fall. Warte mal mal. Folge deiner Berufung und Bildung zu erhalten? Ich bin schon gar der einzige, der von uns ein Kind hat. Ey, scheiß auf Kinder. Ich nehme hier... Oh, die sind schon hin! Jays rechts ist einer hinter der Kiste. Ich weiß, Einzige, was ich zur Diskussion zugelassen hätte. Wäre jetzt, wenn du 5 geantwortet hättest und dann irgendwie gesagt hättest, ja, aber... Ich weiß gar nicht. Ich glaube in Holland... In Holland gibt es 1 und 2, glaube ich nicht. Nee doch, die gibt es da schon, aber da wird gewertet. Die gibt es da schon, aber die nutzen. Ah, okay. Die gibt es da. Die sind halt nicht wieder. Also, du wirst da abgezockt. Haha. Peter, du alter Abzocker. Alter, was ist denn die MK47 Mutant? What the fuck ist das denn für eine Knarre? Die klingt ja immer mega geil. Kann ich dich da benutzen? Kann ich dich da benutzen? Okay. Eine Mutantwaffe. Alter, kann man ja nichts mit falsch machen. Hier ist jetzt noch so... Jees oder sowas habe ich schon wieder vergessen. Hier ist ein Bauernhof, Alter. Hier steht voll das Schloss. Hier ist eigentlich ein Bauernhof. Ein Softwareentwickler. Ich seh mich da. Ey, ich koche uns mal was Leckeres zu essen. Guck mal, wann was du mit einem Buch entwickelst. Wenn du Wolf-Team entwickelst, Bram, wird es nix. Ich glaub, die haben richtig Asche gemacht. Ha! Nein! Das ist aber belastend, ey. Ein ganz normaler Steuersatz von 90 Prozent, ne? Sepp hat 600.000, den muss ich gar nicht beschweren. Alter, die Smoke. Göttlich. Peter, planted. Nice. Hab einen. Von hinten. Pass auf. Catwalk. Ne, doch nicht. Hab ich. Aber egal. Sehr gut. Nice. Oh Gott. Wer bringt mich da um? Das war an versehen. Das hat Feuer auf dich draufgeknallt. Den hab ich einmal in der Schule gesehen. Genau, den hab ich einmal gesehen, das war's. Naja, mein Papa hat die Klassiker alle mit mir durchgeguckt. Egal ob Dirty Dancing oder das Mummeltier. Die haben wir alle geguckt. Dirty Dancing ist so ein klassischer Film, den man sich so mit seinem Vater reinzieht. Weißt du, wenn das so richtig romantisch wäre. Schon die Sex-Szenen dann kommen. Hi. Scheiße, ich hab nur einen. Oh mein Gott, ich hab's völlig verkackt. Oh mein Gott, ich hab's völlig verkackt. Oh mein Gott, ich hab's völlig verkackt. Ich hab's schlecht geworfen. Und dadurch komm ich hier nicht raus. Ist eigentlich schon jemand gestorben, ey. Was bist denn du für ein Arschloch? Ich bleib bei meiner Runde Bowling. Ist doch cool. Fick dich. Du hast die Chance jetzt zu 100.000 zu gewinnen. Ja, echt auch. Darum schwerst du dich aufregst, Jake. Guck mal, der Gegner 5. Easy Game. Also ich hab dich gefreut, wenn er mit mir ist. Ich hab mich auch gefreut, Bram. Lass die nicht unterkriegen und nimm sein Geld. Ah lol, Jay, zahlt die dann auch? Ja, natürlich. Ja, deswegen ja. Deswegen hat er auch mich genommen, weil ich schon nix hab. Deswegen. Das war der Grund. Ne, ich wollt aber nur mal ein bisschen mehr funktionieren und wollt den Aufnehmenden nehmen. Ja, ja. Alter Mann, ich krieg auch noch was anderes außer diese Hurenzwein. Oh, guck mal, Jay hat schon den ersten Schuldenschein. Oh, 420. Wir machen das jetzt. Ich flasch dich gleich. So, jetzt flasch. Warte, warte, warte. Ja! Nice, Jonathan. Der kommt von hinten. Psycho ist der mit der Duschszene. Ja. Ja. Ist da am Ende die Mutter tot die ganze Zeit schon gewesen? Spoiler-Alert für 1960-Filme. Keine Ahnung. Psycho ist auch so ein Film, so ein klassischer Film. Ich kenn so teilweise den Plot, weil ich den auch besprechen musste im Studium, aber ich hab mich auch geweigert dazu. Peter, dein Studium hätte dir heute echt viel gebracht, wenn du das ernst genommen hättest. Belastend. Ja, okay. Hier, auf diese Schule. Ja? Auf diese Schule hier. Das hier ist ein Schulkomplex. Sind gegangen. Alle aus dem Team, bis auf Christian. Und auch Ex-Mitglieder. Also, Hardy zum Beispiel. Wir sind alle hier hingegangen. Also, wir sind alle zum Gymnasium gegangen. Außer Bram, der ist hier zur Realschule gegangen. Mittlerweile ist das so eine Gesamtschule. Wo irgendwie alles in einem ist. Keine Ahnung. Aber wir sind hier, der rechte Teil war der Gymnasiumsteil, da war der Realschulteil und hier war der Hauptschulteil. Also, Gymnasium und Hauptschule war quasi ein Gebäude, gell? Wenn man Stress. Ich dachte, dass dieses Schicksalsding halt wenigstens... Uh, ich kann jetzt auch heiraten. Krass. War das denn ein Sammelbaum? Ach, Sammelalbum. Oh mein Gott. Na ja, Bram, der Götz, ich jetzt mal. Sammelbau. Wird noch geil geheiratet, hier mal eben. Auf der Straße gesehen und direkt geheiratet. Auf der Straße. Weg mitgenommen. Das ist doch nie auf der Straße. Erstmal einen Fufi habe ich dir zugestückt. Voll weggemacht. Okay, steck mal unseren Arsch. Christian, ach du... Alles cool. Gestern über den Blauwein noch gelesen, er kann mit einem Haps eine halbe Million Kalorien essen. Geil. Kommt drauf an, was der isst. Wenn der Oreo-Kekse isst, dann kann er mit einem Haps, glaube ich, noch sehr viele Kalorien essen. Die Frage ist tatsächlich, ob er Peters Duplo Weltrekord hält. Das ist die Frage, ja. Aller Fragen. Was haben wir denn hier? Eine Haftgranate? Geil. Challenge für mich heute. Jemand mit der Haftgranate killen. Mit mir anzufangen, weil das irgendwie dieser Studiengang bescheuert war und... Ja, ich mit den meisten Leuten noch nicht ganz so gut klarkam. Da habe ich mich irgendwie nicht so ganz wohl gefühlt. Halt... Ich wollte halt immer erfolgreich sein. Die meisten Leute da... Chillen und dann hat mich das alles so... Fand ich das alles so langweilig. Da habe ich mit YouTube angefangen, zum Glück. Und dann ging es wieder bergauf. Gön. Boah, ich muss sagen, die Musik hat mir aber auch schon ein bisschen dummer gemacht. Jetzt so in den letzten 20 Minuten. Bildung, ich bin Sportler. Ich mache mein Leben fortsetzen. Du musst jetzt... Ja, du kannst sogar noch voll rein rushen. Ja, du kannst überall rein rushen. Du kannst doch noch voll rein rushen. Ja echt mal? Alter, kriegst du doch direkt auf die Fresse. Welche leute ich żebym rüber. Wo denn auf rücken? Oh Nein, J. Und ich habe statt W habe ich S gedrückt. Oh mein Gott. Und gegen sowas verlieren die 1,9 gerade. Was haben wir für Gegner? Oh, der war nicht schlecht. Frage 14. Wie hieß das Schiff, das am 14. April 1912 auf seiner Jungfahrt fährt? Ja. Ein Eisberg rammte. Ja, easy. Ich finde, bei den einfachen Fragen sollte der anders anfangen, als er endet. So wie bei Fame or Shame. Ja, das stimmt, das wäre cool. Aua. Was? Scheiße. Holy shit, war das knapp. Holy shit, war das knapp. Ich habe so wenig Leben. Oh, das war gut gespielt von Jay. Es gibt nur die beiden. Ja, das war das Gefühl. Zehn. Oh, nee, ich will die Zehn nicht. Würfel doch keine Saune 10. Niemand will eine Zehnwürfel. Aber die Vier. Das ist doch der Zufall. Ich muss noch öfter Steuern zahlen. Nicht verkennst du. Da sehe ich mich. Und jetzt dreht er die Zehn. Das war so klar. Die wollten, die wollten hier rauspushen. Aber hier ist der Schusskommando, ja. Leco Mio. Warte, Peter. Pass auf, der ist bestimmt wieder an der gleichen Stelle. Nee, da hinten ist er. Alter, der hat mich trotzdem nicht gekillt. Will er mich komplett verarschen? Da ist noch einer auf der nächsten Seite. Ich habe doch gesagt, der sitzt da wieder und wartet. Ja, aber das war an einer anderen Stelle. Ja, weiteres Top-Zitat. Ich bin der König der Welt. Peter. Titanic. Also ich habe vielleicht nicht ganz die Stimmlage. Oder ich habe gerade an Homer Simpson gedacht. Das musst du ja ganz schnell benutzen. Gott, hört an. Nein! Aber dann ist es. Das hier. In das Haus bin ich gezogen. Das Axta-Hochhaus. Immer noch die beste Wohnung, die ich jemals hatte, meiner Meinung nach. Du hast den absolut geilsten Ausblick. Was wir da sehen, ist der Zoo. Ich war in der 31. Etage. Und du hast auf den Zoo geguckt. Du hast über komplett Köln geguckt. Du konntest natürlich den Dom aussehen. Und gerade Silvester war einfach nur krank. Wenn ich das jetzt hier sehe, wie die Häuser angeordnet sind und so weiter und so fort. Das war halt ungefähr der Ausblick aus meinem Balkon. Bisschen tiefer allerdings noch. Und dann wirst du halt morgens von den Elefanten oder von den Seelöwen oder so geweckt. Das war richtig crazy. Das ist jetzt eine Frage. Ramm macht nichts. Ramm hat auch eine, weiß ich nicht. Hat eine neue. Ach, halt so. Klar. Komm, Jay, kack mal richtig rein. Natürlich. Eine vier. Ja, genau. Ja, wir sind beide Zweiter und Jay ist Vierter. Jay ist Vierter. Spiel fit mich auch nur, wo ich kann, ey. Ach, herrlich, ey. Schön. Das soll man einmal wieder ernst machen. Stimmt. Ich hab gerade alles Legende weggeworfen. Alter. Ich hab keine Pistole. Ich hab meine Pistole nicht mehr aufgenommen. Aber das ist egal. Und der Punkt geht mit nur drei Millionen Leuten daneben. Oh. An Dennis. Krass. Denn es sind 447,1 Millionen Menschen. Ja. Wir haben knapp 10% verloren, dadurch, wie Britannia nicht mehr dabei ist. Das war das, wie ich dachte, wenn Corona mit erwartet. Wegen Corona, Alter. Wegen Corona, ja. Wir haben noch keine EU-Mitgliedstaaten verloren. Wegen Corona. Holy shit. Nee, das wollte ich damit nicht sagen. Hab ich gerade einen gehört? Als ob. Oder haben wir Hardcore an oder so? Nee, leider nicht. Ich würde schön, ihr Weinkinder. Yay. Das war nett von dir, Jay. Hier ist es, Alter, keine 10 gewürfelt. Oh, jetzt kommt du so kurz vom 10, nochmal steuern. Richtig gute Laune hat Jonathan heute. Boah, ist so schlecht, ey. Wo? Rechts bei B. Da war aber nicht die Bombe. Komm, da committen wir jetzt mal. Da ist sie jetzt. Alter, what the fuck. Alter, Peter, Bram. Bram auch, ey. FBI, open up. Alter. Puh. Wir gehen wieder in die Physik. Mit welcher physikalischen Einheit wird Kraft angegeben? Ach, Gott. Ja, klar. Was ist hier los? Peter, drückst du eigentlich auch? Ja, wir gehen jetzt wieder Richtung Geografie. Peter Safca. Ich sehe da keine Geisteswissenschaften in diesem Quiz. Das sind doch keine richtigen Wissenschaften. Ohohoho. Ich wollte gerade sagen, das sind einfach nur Worte. Geisteswissenschaften reinsteckt. Das sieht so ein bisschen wie aus, habe ich jetzt die Tage auch gucken müssen. Bridget Jones. Oh nein. Frühstück. Das Schöne ist, das sind dann immer so Filme, wo du genau weißt. Also, ich habe den Film ganz geguckt, ja. Aber nach 20 Minuten hat deine Frau schon schlummert. Das ist richtig. Aber wenn du deinen Umschein... Ja! Das geht nicht genauso, Alter. Das heißt, ich habe mir irgendwann den Laptop auf den Schoß getan, habe irgendwas gezockt, weißt du, während der Film einfach lief. Und dann schon, das Tolle ist, da kam am Anfang schon so die Prediction, weil wir haben nicht ins Programm geguckt oder so. Danach kommt bestimmt noch der zweite Teil. Natürlich kam der zweite Teil danach auch noch. Super. Ich bin mittlerweile dazu übergegangen, wenn ich so rechts rüber schiele und sehe, die Augen sind zu, dann stehe ich einfach auf und gehe hin. Aber super. Ich finde, das Feld wird ein bisschen kacke angezeigt. LOL, erster. Herzlichen Glückwunsch. Du bist der First. Der Spieler, der den Ruhestand erreicht hat. Gibt 250. Oh, ist das lächerlich. Gibt erstmal eine Viertelmillion Cash in the Tash. Ach, Sepp ist Brandstifter. Du hast nicht Geld ausgegeben. Hat er Level Up? Silber! Klar, man. Silber Elite. Heda kriegt die Kiste, eins auf und Jayma wieder. Gold 5. Was krieg ich? Guck mal, das war einfach eine schöne Runde Colors. Wer ist der Erfinder des, in Anführungszeichen, modernen Automobils? Dennis. Der Herr Benz. Das ist der Herr Benz. The Carl. Ah, danke. Benz? Geil. Benz. Mein Carl. Voll nice. Kannst du aber in der Mikrowelle machen. Danach hat er dann angefangen, boah, Autos sind ja langweilig, ich mach lieber Reis. Okay, eher. Carl Benz müsste der mit dem Model T gewesen sein oder sowas, ne? Ja. Geh, geh, geh. Alter, stark, Dom. Alter, Bram hat richtig zerstört. Ohne Witz. Den Bram hab ich nicht mal gesehen. Richtig gute Posi auf dem Dach. Ich hab ja auch nicht gesehen. Okay. Ich spiel das jetzt hier zum ersten Mal und ich bin mega gehypt, ja? Und ich hab mich hier, ich muss mich hier, ich muss mich jetzt schon entscheiden, ob ich Beruf oder Universität mache. Ja, das ist doch immer. Alter, wie das klingt. Das ist so. Bram sagt, wir treffen uns jetzt hier vorne bei diesem kleinen Heuballen, ja? Bram sagt, zum Heuballen. Achso. Komm. Ich dachte, uff, tüttü. Scheiß Shotgun, ey. Ja, was denn? Ich komm so nach Kack Shotgun an. Als wenn du da oben abschillst, wie so ein Mauerblütchen. Hab dich halt anrennen hören. Insel. 228.000 Bruttoregister. Also BRZ. Sagt man nicht immer Bruttoregister-Ton? Ja, Bruttoregister-Ton. Was ist denn BRZ? Bruttoregister-Ton. Paz-Ton? Bruttoregister-Ton. Ist das der Vater von, nee, der Sohn von Register? Der ist in der mittlere, aus der großen Halle auf ihrer Spawnseite rausgekommen. Oh mein Gott, hab ich mich erschrocken, Alter. Wie er am Rumsneaken war, hab ich nicht gesehen. Ja, ich bin tot. Ich hab bis zum Ende kein gutes Versteck gefunden. Alter, man sieht auf jeden Fall keinen Namen. Man hat bei den letzten Spielen auch schon immer das Geld von den Gegnern bekommen. Das ist mir nie aufgefallen. Aber 100k ist alles, was ich habe. Ja, genau. Ja, aber du kriegst ja auch 100, Peter. Na echt mal. Wait, wie frech ist das denn? Ja, komm Peter, gönn mir mal dein Geld. Das ist mir für die Hälfte von der Hälfte. 105, nein, eine 6 ist schon nicht schlecht. 6 ist okay. 6 ist okay? Das ist mir nur für die Hälfte. Ui! Dann gib mal deine Kohle, mein Freund. Oh yeah. Ayer Strike. Direkt 100k weggefickt. Alter, das ist alles. Ja, dann. Das meine ich. Wie? Oh. Ah, okay. Da war ein unsichtbarer Block. So, hallo und herzlich willkommen. Ich bin Ihr Arzt und möchte Sie heute dazu aufrufen, sich nicht impfen zu lassen, damit ich bei Plague auch mal gewinne. Ich höre einen rumrennen, das macht mich kirre. Ich auch. Vor allem wo? Wahnsinn, ich habe einen Kill gemacht. Jetzt geht los. Nice, Christian. Das gefällt mir alles nicht. Ja, aber scheiße. Nein, oh, zweimal daneben, ey. Komm schon. Ach, was. Das reicht dir, oder? Mein Vor- und Nachname. Äh, ja. Okay. Äh, Moment. Ach so, das ist der Nachname. Ich dachte, das wäre so ein... Das war ein Holländer. Warte, nee. So, warte, warte. Das ist ein Holländer. So. Ah, okay. Okay, pass auf. Ihr seht jetzt gar nicht, ihr habt die gar nicht, die geile Winterland und die Schlebe. Nee, wenn wir... Aber das heißt, es ist wirklich nur ein anderes Thema, sogar, also die Felder bleiben gleich. Es bleibt ansonsten alles exakt gleich. Mensch, da ärgere ich mich ja, dass ich nicht für 25 Euro den Season Pass gekauft habe. Sich nicht mehr bewegen, weil zu viele Leute da sind. Hört sich auch ein bisschen an wie Trump, muss ich sagen. Ja, alle ins Kapitol. Alle ins Kapitol. Oh, wir können Wikipedia an, wer wir sind. Wikipedia sagt, Lardos war eine Göttin des Landes. Ich bin aber keine Göttin. Oh, wie kann man sich... Oh Gott. Nein, er hat mich gehört. Natürlich habe ich dich gehört, mein Freund. Er hat mich gehört. Da ist die Sprengstimme, der Spinne aber von oben. Oh Mann. Oh Mann. Oh Mann. Er ist verschulden für immer. Er kriegt einen Schuldschein. Nee, aber ich kann dir auch einfach einen Game Stream angucken. Was für Loser sich sowas antun, weiß ich zwar nicht, aber... Er ist 4 nach 10, wir haben gerade angefangen. Oh, aber ich habe kackt. Ja, ich habe ein Schmetterling. Sie hat Thorsten, er hat irgendwas gekillt. Guck mal, er bringt sogar ein Auto mit. Bramsack, alle in eine Reihe stellen. Achso, leul. Okay, ja, jetzt habe ich verstanden. Okay, ich habe es nicht verstanden. Jay sagt, er war 1959 und er war Charlie die Schimpanse. Und dann er hat er dann doch verloren. Falls ehrlich, die haben Affen da hoch. Ja, natürlich. Doch als erstes. Er ist denen zugetraut. Als erstes, aber es ging nach bemannt, nicht nach lebend. Genau, es ging nach bemannt. Ja, okay. Charlie ist ja ein Mann. Charlie der Affe ist ein Mann. Wenn du dich mit einem Affen gleichsetzt, Jonathan, das kann ich verstehen. Okay, kass auf. Sepp hat getippt, 1900. Wo seid ihr? Wo bist du? Ich sehe ganz viel Schnee. Ich sehe was, was du siehst. Anders als Bram haben wir wirklich, also haben wir alle Schnee. Ja. Schicksal. 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 Oh nein, Peter, der Schicksalsberg. Steuern, Steuern, Steuern. Oh. Ja, ist mein Gehalt direkt wieder weg, wie im echten Leben. Vor allen Dingen, als wenn Steuern Schicksal wäre. Die muss jeder bezahlen. Ja, wobei, wenn die ganze Zeit ist, muss ich die nicht bezahlen. Die muss nicht bezahlen, nur wenn er erwischt wird. Stimmt. Okay. Das ist ja nicht automatisch passiert, aber hey. Also direkt davor, so direkt. Bram sagt, gib mir mal deine Waffe. Ich glaube, da zieht sich alles für den einen. Das ist ja direkt eine Liga-Waffe. Der Hahn ist wieder. Wunderbar. Man wird das wirklich so kommen. Weißt du, wir haben auch schon Plague Inc. gespielt. Wir haben schon Plague Inc. gespielt und uns darüber lustig gemacht mit diesen Viren. Und dann kam Covid und hat uns gezeigt, genau so ist es. Hä? Nein, ich dachte, du wärst weggerannt. Debradet er mich. Hey, was passiert denn jetzt? Ja! Warte auf. Direkt nochmal. Das ist alles nur dieser, weißt du, ich hab dafür bezahlt, dass ich jetzt... Ja, das ist halt echt so. Alles eine Loot. Die Leiste. Ich fühle mich wie so ein Sklave von Bram, ey. Der ist ja auch ein Sklave. Der hat gefällt, ey. Ha! Mein Gott, ey. Oh Gott. Das ist ja jetzt... Was ist das jetzt? Du hast einen Raketenwerfer? Fung der Waffigkeit her. Nein! Das ist das... Ja, ich hab einen Raketenwerfer jetzt. Boah, Kacke. Hä, ich hab ihn doch getötet. Ne, ich hab ihn getötet. Nein, du hast ihn mir abgestimmt. Und das ist wirklich... Peter hatte in der Schule Literatur gehabt. Ach nee, habt ihr doch... Ich dachte, ihr habt auch Bücher gelesen und nicht nur im Kreis getanzt. Ne, die hatten wir mal frei. Ne, wir haben Filme gedreht. Und im Kreis getanzt. Im Kreis getanzt. Habt ihr safe vor unserer Nase. Wir konnten mal nach draußen gucken und da habt ihr immer draußen im Kreis getanzt. Während wir in der Hitze sehr scheiße Unterricht waren. Das ist wirklich... Das ist fies gewesen. Das ist richtig fies gewesen. Ist denn da irgendwelche Rituale irgendwie... Haben die? Kein Scheiß. Wieso tanzt man denn im Kreis? Wie bei Wolf of Walsich. Wusel, Basel, einer von uns. Wusel, Basel, einer von uns. Mach die Seele frei und so. Hier dieser Rentnertanz. So was haben die gemacht. Ja! Das fand ich aber selber dann bestimmt auch nicht gut. Damals fand das auch cool. Bewegung in der Wärme. Ja, wahrscheinlich fand ich das deswegen cool, weil ich nicht drinnen bei Kunst sitzen musste. Ja, ist so. Von den Wolf von mir jetzt von Arabischen Nächten. Wie geht das weiter? Ich weiß es nicht. Weiß ich auch nicht. Hab voll den Ohrwurm von diesem Lied. Ja, von dem Sound, nicht von den Wörtern. Peter hat noch eine Runde teabaggen. Irgendwas mit Tage. Wie die Tage... Keine Ahnung. Vergehen oder so. Ich hab meine Tage. Nein! Das singt nicht Aladin. Das singt auch generell nicht Aladin. Also gut, Pilzhaus war teurer als das Wassermühlenhaus. Ja, 8 für dich ist super. Ne, eine 8 ist richtig kacke. Ich brauchst du eine 4. Jetzt kann ich keine Häuser kaufen. Das hat überhaupt nichts gebracht, hier rumzulaufen. Oh oh. Das bringt rein gar nichts. Das war ja nicht der beschäftigste Move. Christian, hast dich aber auch nicht genug angestreckt beim Würfen. Ja, ist so. Komm, 6. Bram, sag, ducken. Aufstehen. Oh nein, das war Marv. So, jetzt kommt er raus. Jawohl. Da ist das Pau. Als wenn der Hurenkirc da wieder runterspringt. Odeos Presence. You leave people feeling unfulfilled and frustrated after interacting with you. Induces various ill emotions in victims and slightly decreases ability to spread. Alter, dadurch, dass die mit uns reden, werden die depressiv? Was ist das denn für eine absolut teuflische Krankheit? Dann will ich... Nee, ich bin zuerst da gewesen. Wieso beide gerannt sind, ey. Nein! Hä? Oh, warte mal. Die rennt immer da rum. Das ist schon asozial. Wer? Das ist ganz schön belastend. Ah, jetzt habe ich mich selber geflasht. Wieso habe ich den Raketenwerfer? Headshots mit Raketenwerfer. Wieso sind wir noch hinter mir? Oh, das Schicksal entscheidet heute für mich. Das ist eigentlich nur Scheißfelder hier. Das kann aber auch nicht Mecker sein. Das ist Scheißfelder hier. Hast 100k gekriegt, du Meckerziegel. Määh. Määh. Ey, wer, ich fisch die Tasse nicht mehr? Ey, wer trinkt nicht mehr? Warum sagt derjenige, er trinkt, kommt jetzt auch raus und kommt hier mithin? Das war denn neben mir. Hier rechts aus... Boah, die Snitch! Boah, die Snitch! Boah, die Snitch! Boah, die Snitch! Richtig so, hier! Niemand! Aber wer ist das? Trotzdem die Erfahrung. Ich kann nicht mehr aufhören, so zu reden. Japan ist komplett infiziert. Alter, wie ich hier hänge. Wo? Wo denn? Scheiße! Oh, Scheiße, Alter! Alter, what the fuck! Dammit. Jetzt habe ich mit einem Pistolen-Schuss gekriegt. Oh, Mann, da oben sitzt... Ah, ich habe die Steps unten gehört. Das ist wie Wanderausflug oder so. Tatsächlich bin ich beim ersten Weg hier gar nicht so bewandert. Wir kannten bitte daraus passieren, dass Ungarn sehr viel in den Krieg erklärt und auf einmal hauen sich Deutschland und fangen gar nicht auf die Presse an. Alle Zusammengekarten. Deutschland hat die auch noch ein bisschen zappeln lassen, bis Deutschland dann gesagt hat, Moment mal, wir könnten hier vielleicht alles einnehmen. Ja, wir schnecken hier. Haben dann auch alle betrogen, so vor allen Dingen Belgien. Und dann haben sie sich die Engländer auf den Sack geholt. Und das war... Es gibt da geile Podcasts drüber. Bismarck war ein Wichser. Okay, wenn du den höchsten bist, sagt er automatisch Bescheid, wird der höchste. Genau, 720K ist der höchste Umschlag, der sein kann. Peter, möchtest du den Umschlag 1, 2, 3, 4, 5 oder 6? Oder noch lieber die 2? Nimm die 5. Oder direkt die 720K. Also, ob er so ein Lacker ist. Alter, er hat einfach 2 Millionen und das Wachstumsschweinchen. Ist das bescheuert? Alter. Wir sind sich auch kaum treffen. Oh, da war ein Hit. Leute, die hat sie sich... Oh, die kann man werfen? Leute, wir haben gewonnen. Mit einem Superman-Punch. Mit einem Superman-Punch. Bram sagt, du gehörst wieder dazu. Ab in die Reihe. Nein, das war nicht ungerecht. Ah, das ist Pech. Wie kriege ich Feuerblumen? Nein, da kommst du nicht durch. Ah, nein. Oh, kacke. Oh, jetzt hab ich einen Sniper. Ja, dann gönnen. Wo geh ich denn jetzt hin? Oh Gott! Ja, genau. Achso, das war... Doch, das war ja doch ich. Scheiße. 600, 900 Kilometer ist von Berlin nach Weze. Das kann ja auch gar keinen Fall. Von hier bis nach München quasi. Das war auch irgendwie so 600 Kilometer, oder? Ja, und dann muss er noch von dir bis zur Nordsee. Nee, 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 bis zum Mars. Du musst aber auch bedenken, Sebastian, wenn du von hier bis nach München fährst, wenn du so nach München fahren würdest, wie ein Fluss verläuft, dann bräuchte sie wahrscheinlich zwei Tage bis nach München. Weil der fährt ja... Der fährt ja bis zum Darm. Ja, 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 das ist richtig, das ist richtig. Was denn, Sebastian? Versuchen wir, Sebastian, das zu erklären. Ja, der eigentliche... Hey, jetzt halt doch mal die Fresse, Mann! Herrlich. Eigentlich ist das eine Werbung von der Wii U, oder? Ah, hui! Oh, oh! Nein! Uh, 100 K weg! Oh, fuck! Also, irgendein Architekt wird gar schon gebumst, ja. Ja, fuck! Ah, die Eins gibt ja auch nicht. Nein! Ah! Oh, ich hab mich so über die Eins gerade gefreut! Ach, komm, Ficken! Die ETH wird aber ganz schön gebumst hier. Sagt, du nimmst mal die Waffe auf, die Munition auf, lädst die Waffe durch. So, Bram sagt, du darfst den jetzt entweder abschießen oder den verschonen. Wenn den verschonen lassen willst, liegst du... Okay. Fehler, ey! Du bist so ein gewissenloses Schwein! Du hast nicht bei dir das angehört! Bram sagt, du kriegst die Waffe wieder hin. Entschuldigung, das war überspielt. Kannst du das wiederholen? Vollidiot, Dennis. Vollidiot. Ja, bringt mir alles nichts. Das sind alles Krankheiten. Ich bin keine Krankheit, ich bin ein System. Ein System, ich will leben! Fuck me, Alter! Nein! Peter hat gewonnen, oder? Wie viele Messerkilz muss ich denn machen? Hä? Als ob ihr die Kitzel rumrennt und sie alle messert! Unten rechts steht auch, wie viele du machen musst. Ist das unser Disswish-Kitekt oder was? Wo befindet sich das zentrale Steuerungssystem des vegetativen Nervensystems? Jay. Krieg ich doch für sechs Punkte, wenn ich's richtig hab. Ja, kriegen die anderen dann mehr Punkte, wenn du's falsch hast? Ja. Hä? Was? Nee. Gipfel. Aber nice try. Kleinhirn. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Was? Also ich hätte jetzt Kleinhirn gesagt. Also. Zwei Minuten fünfzig noch. Verlasten! Nein! Der Peter ist ja nix. Der Bonus ist das Wichtige. Da war voll viel an Punkten. Alter, ich hab tausend Punkte weniger als du. Mehr als tausend. Ich hab tausend vierhundert Punkte weniger. Ich finde, wir haben Peter ganz schön betrogen. Guck dir das mal. Oh, 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 oh. Oh! Ha! Da hat er fest durch die Stiltscheine. Was ist denn jetzt mit den Tieren? Was ist denn jetzt mit den Tieren? Stimmt. Du hast doch schon deine Liebe bekommen. Was ist denn mit meinen Tieren? Warum sollt die Tieren machen? Du hast mal deine scheiß Herzen bekommen. Oh Mann. Was ist denn mit den Tieren? Peter macht das Spiel keinen Spaß. Ach. Herr Bram sagt, er schießt mich nicht. Oh scheiße. Okay, der auf immer der andere ist, der hat gewonnen. Alter, scheiße. Ich dachte, er wäre das, Alter. Oh shit, da kam der da angerannt und ich dachte... Ray hat gewonnen, Alter. Er kriegt ja vom Kopf-Feder direkt einen Shot in die Fresse, ey. Wie kann ich denn so am Ende verkacken, Alter? Oh wow. Ja, Ray ist mal GZ. Ruhm und Ehre gehen an dich. Wuh. Als wenn wir das geschafft haben. Ich infiziere halt einfach nichts. Und die Menschheit heilt sich. Sie heilt sich. Sie heilt sich. Sie heilt sich. Klar, das wurde ausgerottet. Exit, exit. Und das war's. Skynet ist ausgerottet worden. Megatron wird ausgerottet. Dankeschön. Ja, wer hätt's gedacht, mal wieder 0 Punkte. Niederlage. Jay hat grad einen Wurfmesser-Kill an mir gemacht, oder? Was ist das denn? Das ist ein Shotgun. Nein. Jetzt hat er noch gewonnen. Nein. Hä? Der Glückwunsch, Peter. Wieso hast du denn jetzt gewonnen, Peter? Also ich hab jetzt zuletzt einen Wurfmesser-Kill gemacht. Ich hab vorher drei normale Messer gemacht. Hallo. Wo seid ihr? Ich hab Hunger. Hunger. Ich spiel verstecken. Ich spiel echt verstecken. Ich spiel auf jeden Fall verstecken. Das ist hier kein verstecken. Nein, nein. Das ist verstecken nicht. Nein, wir haben nur einen Verstecken-Slot pro Woche. Das ist kein verstecken. Das ist die Battlefield 4 Challenge. Peter muss es jetzt machen. Ich glitsche ein bisschen. OJ macht das. OJ macht das nicht. Ja. Nein. Ja. Erzählst du nicht? Als ob er so weit fliegen konnte. Alter, Bram, ey. Was ist falsch mit dir? Ich hab dich als Bundle benutzt. Alter, deine Oma hat... Mein Auto hört sich an wie irgendwie das Postschiff. Jeder hat uns richtig gestompt. Da mussten wir noch einen dranhängen. Aber wir haben jetzt andere Waffen, ne? Ja. Hä? Wieso sponschen du neben mir direkt? Das ist ja wohl. Ja, hab ich dich auch gerade gefragt. Das höre ich hier für Geräusche. Aber der steht genau vor mir. Okay, aber jetzt können wir den... Versuch doch zu fliehen, mein Freund. Hm, ich hab mal 18 HP. Hm, wie bei Verstecken. Bram ist erst geschüttet worden. Okay, du kriegst sehr viel Schaden mit den Raketen. Oh, Jain! Happy, Lena! Lena? Oh, tschüss, Lena! Alter, ist die geflogen! 100 verschiedene Orte. Und das ist unser erster Ort. Oh Gott, bin ich gerade mies. Muss ein bisschen sneaky sein bei Shotgun, glaube ich. Oh Gott! Ach so, Peter? Hatte ich sneaky genug. Oh Gott! Ah! Oh mein Gott! Ähm, Christian? Der hat nix gesehen. Der hat wirklich nix gesehen. Diesmal sah ich doch. Der war zu direkt vor uns. Alter! Was? Christian, was ist denn dein Plan hier so? Hallo, Sebastian! Alter, Peter, noch an mir vorbeikommen! Oh Gott! Ach, komm, fickt euch alle! Alter, das ist doch ein Scheißspiel! Ja. Hey, Happy! Alles happy bei dir! Oh, Alter, wer fährt denn da in den Ball? Was ist das ein Scheißspiel? Oh, Jain? Jain, bist du gerade im Baum gefahren? Aber wo ist das, ist die Frage? Ich hab ne Theorie über den Kontinent. Ich kann dir sagen, ich hab danach das Bild meiner Frau gezeichnet, die hat getippt, das ist in China. Okay, ich glaube in China ist das nicht. Also du bist da nicht ganz alleine. Oh, meine Fresse, sind die völlig behindert? Hab ich denn gerade nochmal gesehen? Oh mein Gott, hab ich mich erschrocken! Alter, Vater, hab ich mich erschrocken! Ich seh euch nicht! Oh Gott! Oh Gott! Oh, Pesscher, stop! Moment! Kriegen wir einen Bonuspunkt, wenn wir ihn töten? Oh shit, ich bin gestoppt! Christian, wir kriegen auf jeden Fall Bonuspunkt! Jawohl! Ihr könnt euch doch mal neu vorbereiten. Leider ist das Ziel. Also ob Christian schon im Ziel ist. Ja, schon lange. Was? Ach, Peter, schon wieder! Nein! Oh nein! Er war zu langsam gewesen! Oh mein Gott! Scheiße, das wäre jetzt geil gewesen, wenn ich euch doch da den Platz gezockt hätte! Oh, krass! Scheiße! Ah, wie lange haben wir denn noch? Ich kann ja noch ein bisschen rumlaufen. Ey, wir haben nur noch 3 Minuten 18. Oh, wir haben noch 3 Minuten 80? Ja, da kann ich auch gucken, ob ich hier noch rein finde. 18, ja! 3 Minuten 80, wie soll denn das jetzt? Ja, 80 wäre auch echt bescheuert. Na, krass! Oh, wo denn? Scheiße, ich war gerade am Sniper an, aber an's gucken! Schnitt der da plötzlich vor meiner Nase! Oh mein Gott! Das ist Kreuzfolge. Oh mein Gott! What the fuck! Holy shit! Holy shit! Holy shit! Alter! Peter, siehst du die Schüsse? Da ist er! Der ist tatsächlich ledig! Ich hole sie! Oh! Da fliegt er! Der Nahr! Der Nahr flieht! Easy Snack! Ich treff dich nicht! Wie in so einem Command & Conquer Trailer hier! Alter, hier wirst du halt überall abgeschossen! Das traue ich mir nicht! Äh, Jay! Als ob James Ziel gerollert ist! Na klar! Alter, war das knapp! Wer war das? Ich wollte eigentlich einen abräumen! Alter, wer war das? Das ist auch ehrlich gesagt nicht wo die verläuft! Ist das jetzt in Leipzig oder Berlin oder wo sind wir hier jetzt? Ach komm, scheiß! Der ist direkt in meinem CW-Gespornt quasi! WTF! So! AAAAAAHHH! FETTER SCHMECKEN! FETTICH! BAAAHHHH! AHHHH! BAAAHHH! 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 Und die Scarecrow schmeckt hier auch nicht, Leute. Da. Jag doch mal wen anders! Ja, keine Ahnung. Ich guck mich da oben, ich seh mich nicht. Oh, Jay! Christian! Ah, da! Du bist über mir rübergefahren. Tschüss, Happy. Mehr trifft Jay nicht mehr. Nee, ich bin nicht... Oh Gott! Peter! Ja, Entschuldigung. Eeeeh! Fuck you! Tschüss, Peter. Scheiße. Ah, okay. Dann kann man nur her. Bitte was? Oder nicht? Ja, wow, Jay. Wie was, wow, Jay? Als ob ihr instant wisst, hundertprozentig, wo das ist. Dreh dich doch mal nach rechts. Also, ich weiß die Stadt. Ja, okay. Nee, das hab ich auch mir schon gedacht, als ich die Kirche gesehen hab, aber das ist nicht... Guck mal, das hab ich mir noch nicht gedacht, als ich die Kirche gesehen hab. Nee, das hab ich auch irgendwann anders gedacht. Aber das... Das kann man wissen... Das kann man trotzdem wissen. Das kann man alles wissen, weil das ist ein famous place. Kannst mir nicht entkommen. Jay sucks! Fuck you, ich hab Peter gehört. Wieso lebt er noch? What? Als ob der Jay Sachs gesagt hat, Mann. Mach weg die Sau! Bip, bip, bip! Ja! Okay, die Runde geht an Christian. Was? Ja, nice! Hallo! 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 Entschuldigung! Entschuldigung! Hallo! An Jonathan! Verdient einfach, Christian! Verdient einfach, Christian! Unverschämtheit! Sepp? Ja? Ich glaub, das wird nix. Warum? Vielleicht hab ich in die falsche Richtung gefällt. Gefällt mir. Was? Ich hab die Sachen in die falsche Richtung gefällt. Du hast die Mauern alle... Oh Gott, oh... Ja, gut, aber wir hatten ja eh nicht so... Moment, ich schieße jetzt nicht so kaputt nachher. Erstmal checken dafür. Wo geht's denn jetzt hin? Oh Gott! Ja, ist halt echt so... Oh, Christian! Wo geht denn lang? Weiß ich nicht! Das ist voll schwierig! Bremsen! Links! Links! Bremsen! Oh Gott! Ich bin... Oh Leute, ich hau in die... Scheiße! In die Wand? Ja. Oh Gott! Sorry! Ach komm, okay, da ist das nicht. Dann geh ich ein bisschen weiter raus. So, ich sag, das ist da. Dann sag ich da. Ja, schau... WAT?! Als ob da war ich gerade! Oh ne, da war ich gerade! Als ob das Westminster Abbey war! Ja, das war Westminster Abbey und ich dachte, das ist in Central London. Aber das ist natürlich in Western Star. Das ist natürlich auch mal wieder fucking London. Ey, wo ist das Queen Elizabeth Scheißdenter? Ich hab gedacht, das wäre die Danes Truck. Musste so sneaky sein. Oh maaaannn! Wo? Ah! Oh man, Peter, lass mich doch! Oh, what?! Oh nein! Er hat mich doch gesehen! Ich hatte keine Energie mehr! Oh hinterher jetzt, Peter! Links hier hoch den Berg! Ah, bist du das? Nee, ich bin das! BAUM! BAUM! Bau-BAUM! Scheiß! Alter, der Peter zerstört. Der Peter zerstört. Der Peter zerstört. Der Peter zerstört. Ja, manchmal musst du länger als ne Sekunde aufkommen. Hallo. Oh Gott, alter. Das kann ja mal sein. Nein, ich hab nicht lachen dürfen. Bei diesen scheiß Windmühlen. Was hat denn Cookie, du Arschlutscher? Da war ich echt unaufmerksam belastend. Ah, das kann doch nicht sein, ey. Ich hab 10 Meter vom Gas entfernt bin und nicht die volle Punktzahl bekommen hab, ey. Ich hab halt den fucking Schock gefunden. Ich bin 19 Meter vom Gas entfernt, also fuck you. Ich hab auch noch die volle Punktzahl. Und du hast ja hoffentlich volle Punktzahl bei 19 Metern. Ne, hab ich nicht. What? Ne, 19 Meter. Wie ne? Ist das das? Nein, mich hinstellen. Moment, ne, nicht abzwecken. Das war richtig abgeschweckt. Halt's ab, Dude. Oh Gott. Alter, hab ihn dir erschrocken. Jetzt haben wir dich, Peter. Namm, 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 namm. Namm, 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 namm. Namm, namm, namm. Ne, du kannst den Rotor anschießen, damit bewegt er sich. Nee, Peter ab. Oh nein, Peter ist schon wieder, oh Gott. Oh, LOL, LOL. Der greift schon wieder an? Oh nein, der ist schon wieder abgestürzt? Was? Nein. Was? Nicht? Was denn jetzt? Ja schon. Wie hast du das denn geschafft? Im Anflug? Ja, im Anflug. Im Anflug auf Bram war ich ein bisschen über... Ich wollte nicht tippen. Oh, nicht lang genug hat sie reingenommen. Hallo, meine Freunde! Das sieht man! Das sieht man! Das sieht man! Das sieht man! Komm, Zipf! Ich mach nicht so Stress hier! Nein, das war nicht gut! Oh! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Boah! Wovon hat Bram oder da gewonnen? Dann hat er noch... Ach, komm ey! Und da haben wir wieder Pedor und dich vorne! So haben wir wieder die Ferrenduelle! In Runde 7, let's go! Alter, was ist das für ne geile Runde, Alter? 6 Sekunden, die wir so euch da vorne. Ist nicht die Stadt, wo dieser Grand Prix stattgefunden hat? Der hat immer den Namen des Landrinhers, oder nicht? Canberra. Wat? Moment, was? An welches Land denkst du gerade? Ich lass mich lachen. Lass mich lachen, welches Land? Moment, was ist das denn? Ich hab jetzt an die Türkei gedacht. Und wie heißt die Stadt? Türkei, oder was? Nee, aber ich hab doch gesagt, der Grand Prix, der hieß wie das Land. Also der hieß der türkische Grand Prix. Ach, der große Preis der Türkei meinst du? Ja. Der große Preis von 15. Hä, was ist das denn jetzt? Boah, da guck ich einmal nach links, Alter. Was ist das für ne Waffe? Jagd 12, Alter. Das ist ein Rind. Jagd 12. Jagd 12. Freiheit für die Frösche! Wo ist die scheiß Karre? Nanananananan! Oh Gott! Direkt auf den Schnauzen. Scheiße. Okay, da hab ich jetzt ganz schön kurzen Prozess. Oh Gott! Tja, Peter, also. So läuft das schlecht. Okay, das war lustig. Ich komm auch ran. Das haben wir, oder? Das haben wir. Das haben wir! Schnell weg, schnell weg, die sind nah dran. Ich muss die Platz machen, schneller. Wir sind dran so Bullshit. Wir sind voll weit weg. Ja, ich konnte euch nie blitzdingsen. Ich konnte euch nie blitzdingsen. War schon. Ja, Lord! Jetzt ist Jasper hinter mir! Ich war grad Erster! Nein! OJ ist tot! Leider Unspitz wieder auf 1, 2, 3, 4, 5. Da sind wir ähnlich. Jasper Vierter. Ach, ich probier jetzt das hier. Ankara ist doch sehr weit drin. Und da, wo ich dran denke, gab's doch die Überlegung, warum das überhaupt... Ich hasse euch alle! HÄH?! Jetzt wird's noch verwirrender. 20 Sekunden noch. Also erst einmal bin ich, wenn ich jemals in dieser Verfassung wäre wie der Franzose, ja, hätt ich einfach alles richtig gemacht. Ich würd mich so gut fühlen. Ich hoffe auch, dass das schon ein paar Mal bei so... Manchmal sieht man ja auch so FIFA-Videos und so weiter. Manchmal hoffe ich einfach, dass ich der Gegner war. Wenn die dann ihre... Monitore oder Controller durch die Gegend werfen und was weiß ich, also... Jel natürlich nie tun würde, außer bei Trackmail. Das ist dann eine Halbmond-Insel für alle, die... Das wird's nicht so kennen. Und äh... Sofort, was du da machst, Jonathan, das ist dein Problem. Ich kann da nix für! Ich kann da nix für! Ich hab die nicht geschlagen! Geht los, habt ihr mitbekommen, oder? Um euch zu verstecken. Äh, ich glaube nicht... Nur über Plünderer kannst du hier halt aufhören. Oh Gott! Ne, Moment! Ja, du hast doch... 3, 2, 1... Okay, wir dürfen. So ist meine Stimme überhaupt nicht! Okay, geht los! In 3, 2, 1... Oh nein, ich hab das Falsche gebaut! Scheiße! Wie auf dem Handeln war das Baumenü... War doch krass! Ah, ich kann aber noch das Richtige bauen! Okay! Er scammt, oder was? Er scammt! Er scammt eiskalt! Ganz klassischer Scam! Ja, dann guck ich mir den Wagen an und dann sag ich so... Ja ne, der sieht aber anders aus, als ich mir vorgestellt hab! Da kann ich dir jetzt schon sagen... Also, da würde nicht einfach reichen... Ja, privat gekauft! Das glaube ich auch nicht! Das versteh ich nicht mit dem Scam! Der hat das doch mit dem Foto reingestellt! Das versteh ich nicht! Ja, da steht ja unfallfrei drin! Also... Bist du denn nicht unfallfrei? Unfallfrei ist mir da kein Tippfehler oder so ne Scheiße! Er hat versucht einfach zu verarschen, alles klar! Ja, what the fuck mit dem Foto? Wie dumm kann man verarschen, Alter? Oh, war der nice! Oh, voll ins Messer gesprungen! Was?! Ich hab zuerst gemessert! So lagen! Alter! Ja, nachladen! Ja! Ich hab'n getroffen! Oh, komm schon! Stürz ab! Als ob er nicht abstürzt! Still alive! Was solltet? Von wegen Still alive! Darum rullst du wieder ein Hurensohn, Alter! Kann doch nicht sein! Nein! Hör, wieso? Ich versuch' zu schießen! Wieso stürzt sie jetzt einfach ab? Lass' ich nochmal schießen! Das kann halt nicht wahr sein, Alter! Dann frage ich mich auch, warum wir das erfahr'n... Ist der jetzt tot? Peter voll der Nacken, ey! Ja, Christian hat mich gekillt! Ja, Alter! Wie die geflogen! Oh, Jasper! War nicht den! Oh, nein! Oh, Happy! Das war dein Todesurteil! Oh, nein! Oh, nein! Oh, nein! Ich glaube, ich habe einen der Erstplatzierten richtig zerstört! Kannalek heißt der! Du weißt, ich bin tatsächster! Der ist jetzt noch... Ach, Lina! Oh, Jay! Ja, come on, ey! Fickt euch doch alle, ihr Wichser! Wer weiß! Was? Was verkauft man denn da? Verkauft man das, was da steht, oder verkauft man das Bild? Das ist halt immer so ein bisschen die Frage! Da sollte kein eBay Kleinanzeige kommen! Ich habe schon eine, ich habe darüber auch schon Sachen verkauft, aber nur seriöse Sachen! Das Gefühl, die Sichtweite ist hier ein bisschen sehr hoch! Sepp steht am Halbmond, äh, wie beschreibt man das denn? Von unserer Startseite aus gesehen... Okay, der ist gerade runtergefallen! Oder runtergesprungen! Nee, das bin ich! Nein, ich bin gestorben! Hä? Hä? Ne, was? Ne, was? Nein! Wo ist Meins? Wo sind die Messer? Ich brauche ein Messer! Hier ist Meins, so! Das kann doch nicht! Oh, mein Messer ist wieder weg! Du musst manchmal rausklettern! Das ist schwierig für mich, noch niedriger zu fliegen! Ich habe ihn getroffen! Das kann nicht sein! Nicht höher fliegen! Boah! Wo ist er? Oh Gott! Ich bin tot! Ja, der, der, der... Da ist er! Easy Game! Das kann nicht sein! Wollen wir mal zwei hacken! Nein, nicht... Don't slaps! Oh nein! Nein, ich habe es tot! Warum?! Hey! Wir brauchen noch einen schönen Eingang! Für Fuffi! Nein, nicht ganz aber auch! Ich kann dir ein vernünftiges Fahrrad kaufen! Normalerweise, weißt du, wenn du halt... Keine Ahnung... Kaufst du dir gebrauchtes Fahrrad... Wenn du dann nicht gerade klaust, ne? An der Uni... Also ich kenne tatsächlich jemanden, der braucht ein Fahrrad und ist einfach zur Uni gegangen, als der Fahrrad geklaut und ist dann mit zur Uni gefahren. Das ist ja nice! Wow! Aber dann ist ihm das auch wieder geklaut worden. Das heißt, das hat mehrfach den Besitzer gewechselt. Das ist ein Kreislauf! Der ewige Kreis! Ja, wenn du da halt direkt an der Klippe stehst... Oh, da ist ein Abschläser! Da, zwischen den Felsen! Das pimmelt da! Oh, ist das Peter, der stuck ist? Das sieht ziemlich stuck aus! Help me, Stepbrother! Oh Mist, jetzt bin ich auch hier zwischen! Oh Gott! Oh Gott! Nein, hier ist doch einer! Nee! Alter, gerade läuft der richtig mal stark hinaus, oder was? Alter, könntest du aufhören? Was? Ich bin Dritter! Vierer! Alter, ich treffe keinen! Ja, geht doch, ey! Wirklich, hier stand auch in dir drin, ey! Fuck! Oh, wird einfach! Oh! Und wieder nach links. Oh! Oh! Und wieder nach rechts. Oh! Oh! Oh, scheiße! Und? crazy recht stürzt da ab ooooh neee ist noch neee ooooh neee ooooh neee ooooh neee mmmm oh das ist gar kein Gravel, da ist ein Spinner Keirspinnen buddy what alter, da ist direkt so ein Ding oh my fucking god wenn der Schrebergarten dann kommt, das hat ja nichts gesetzliches hier gibt es auf jeden Fall, laut Bundeskleingartengesetz darfst du quasi da nicht unbedingt wohnlich ausgestattet sein, man darf allerdings schon da mal einen Urlaub machen und pennen aber gut, für den Urlaub brauche ich auch ein Badezimmer also Kumpel von mir hatte damals da so ein kleines Häuschen da konntest du halt auch also da hätten wir auch unsere Lahn machen boah ich hab jetzt voll Bock mir in den Schrebergarten zu kommen ein Stromanschluss für Kopfplattenlicht und andere Geräte wäre sinnvoll ich seh dich aber in der Luft schnippen wie das Löwe ja alter Möwe oh da hier da liegt einer in dem Busch oh man alter oh gott ey wie krass Ich dachte, der wäre scheiße, aber ne. Okay. Huha, Pi, huha. Alter, ob du von da oben gemacht hast. Scheiße. Yo, Christian an der Row hier, F. Ich glaube, du bist aber geduck gelaufen. Also du warst sehr langsam. Ja, weil ich gezielt habe. Ich hab dich ja auch. Okay, das sieht alles gut aus. Das sieht alles noch okay aus. Das sieht immer noch okay aus. Das kann nicht wahr sein. Was ist denn? Der Bus hat dich mitgenommen, oder was? Ja, ich war Zweiter und da kommt der Bus und fickt mich. Jetzt bin ich 18. Wir kommen mal zur Auflösung. Also, wenn ich ne PS5 verkaufen möchte. Ja, dann doch richtig. Wenn ich mir die Arbeit mache, zwei Konsolen mit Panzertape zusammenzumachen und es hochzuladen, dann doch, wenn für 500 Euro. Und Jonathan ist quasi mit der Nase draufgefallen. Zu teuer waren die doch, oder? Die PS5-Mittlaufwerk. Da wünschten Theorie, glaube ich, aufgestellt. Ah, also wer zuerst stimmt. Ah, der Grün hat sich durchgesetzt. Wussten nicht. Nein, genau. Blau wird sich nicht. Blau wird einfach viel zu offensichtlich gewesen sein. Ja, aber das ist doch im Meer genauso. Je mehr Farben du hast, du krass giftiger bist du und machst alles gut. Deswegen lässt dich alles in Ruhe. Also, bist du blau und jeder lässt dich in Ruhe. Mega nice. So wie in der echten Welt hier auch bei den Menschen. Wenn du blau bist, lässt dich auch jeder in Ruhe. Aha. Außer die Polizei. Noch. Oh Mann, hat er zwei gehabt, die Sau. Nein! Boah, Bram, nice. Hä? Das ist mir geklaut worden. Ganz oft. Was ist? Ey! Das ist! Hihihi! Hihihi! Oh nein, da hat er sich gerecht. Oh, 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 oh. Haha, dort hat er durchgedrückt. Sag mal, wenn du wieder da bist, Jay, dann fliege ich weg. Ja, ja. Ja, ja, ich bin wieder da. Ja! Ja, okay. Bin da. Ja, Peter! Okay. Noch nicht schießen. Ach so. Drei. Ja. Ist okay gesagt. Eins, go. Dann dreht der einfach wieder ab. Da war Jay schneller, als ich dachte. Bram ist auch wieder da. Ich war ganz kurz richtig so ein Glück. Wollen wir hier mal. Alter, du gehst mir auf den Sack. Das stört einfach meine ästhetischen Ansprüche. Hier arbeitet man auch. Macht. Vor allem nach zwei Minuten. Ich hab mal ein altes Sofa, mein altes Ledersofa hier aus dem Büro bei eBay Kleinanzeigen reingestellt, zum Verschenken. Und du glaubst auch gar nicht, bei was zum Verschenken die Leute auch auf den Ding kommen. Alter, wie schnell die Leute kommen. Ja, ich hab's leider mit ein bisschen mit dem Rücken. Kannst du mir das nicht ein bisschen die Wohnung vorbeibringen. So tolle Sachen kommen dann, ne? Und dann dachte ich mir so. Ist unfassbar. Ja. Ja. Und dann hab ich das rübergetragen. Ist der hier? Also es kann aber auch sein, unsere Unterhose, die sieht aus wie so ein kleiner Fels. Bei mir sieht's so aus wie ein großer Fels. Hast du selber mit Schlamm eingerieben und liegst am Start am Strand, ne? Noch anderthalb Minuten. Da ist er! Oh mein Gott. Oh mein Gott, der liegt einfach in einem Busch. hier einfach noch so gefunden hast. Ich bin einfach über ihn drüber gelaufen, dachte ich. da hab ich drüber gehüpft hier. Oh Mann. Okay, krass. Oh, wie lucky einfach. Krass. Was, das war jetzt... Als wenn ich an euch beiden vorbeigeworfen hab. Hä? Hä? Oh, nee. Mein Messer ist weg. Jawohl. Ach, komm. Was ist das? Voll dann. Nee, nee. Hä? Hä? Wie? Wo ist denn das hin? Oh, jetzt kriegen wir an. Ja! Da ist er. Ah. Irgendjemand hat nicht gehintet. Ich weiß aber nicht, wer gehintet hat. Wollen wir mal absingen? Ich weiß das aber. Der fliegt immer noch. Verdammt. Oh Gott. Ja, der Punkt für den Raub. Uiuiui. Ich hab ihn jetzt noch nicht mehr, zu fahren. Jetzt muss der echt seinen Scheiß-Mod-Kollegen helfen, oder was? Boah. Dann töd ich halt. Hä? Weißt du, ich war so auf Jailfokus, ich bin einfach rechts in die Wand reingefahren. Ich würde sagen, ich geh jetzt mal gucken. Oh, nice. Bitte. Eins, zwei. Ja! Stark. Perfekt. Hab' ihr alle? Sechs. Zurück, zurück, zurück. Wenn ich verschenken will, bei uns reicht das halt auch schon, stell's auf die Straße, weil ich weiß, da irgendwie alle drei Tage fährt hier so ein weißer Transporter rum, der guckt über die Sachen durch, der mitfällt. Hier in Berlin reicht das, wenn du den Keller stellst. Ja. Oder so, Peter. Aber in deinen abgeschlossenen Keller, bitte, ja? Ja, ja, klar. Also, er läuft. Okay, kommen wir mal zur Auflösung. Das ist mir wieder alles ganz schön traurig, wobei nur Peters Perspektive und Brahms Perspektive sehen. Nein! Okay, da ist der. Scheiße. Wow. Okay, jetzt hab ich Sämpf, jetzt hab ich Peter ja immer noch nicht. Oh, man. Oh, fuck. Nein! Scheiße, Alter. Jawohl, das war Nummer drei. Oder vier? Das ist schlecht. Alter, Asu, Asu. Ja, kann ich wahr sein? Ich weiß überhaupt nicht, wo ich gerade bin. Scheiße, Mann! Das kann ich nicht wahr sein. Richtig gut Frustkill gemacht. Boah, scheiße, Ja, das ist ab, ich über die Absperrung geflossen. Ja, was war das denn? Das sah richtig gut aus. Oh, Mann, nee, soll jetzt hier aber neues Ziel? ich komm dann, NEIN, ich wurde von Ledermode, das kann ich. nee, du bist Viertzitter. Wurde ich nicht, easy game. Weißt du, früher, wenn du Diamanten gesucht hast, war das einfach unfassbar ätzend, laufend in Lava zu stehen und jetzt, wenn du mal Lava suchst, das ist GTA, das ist GTA-Prinzip. Das hört sich auf Minecraft übertragen, wenn man Sachen sucht, findet man die nicht. Der OG, der dieses Teil hier reingestellt hat, hätte gerne noch sageumwobene 8000 Euro dafür und da kriege ich einen Strebergarten für. Ist dem scheuer? 8000? Was? 8000 Euro für dieses geile Ding aus dem Palm-Video. Nee, jetzt bin ich auf deiner Höhe. So, jetzt müssen wir mal ein bisschen besser werden mit den Tipps. Kalt, kalt, Alter, ist das gut. Warm, 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 warm. Alter, was ist das hier nie vom Wetter? Kalt, kalt, warm, warm, kalt, kalt, warm. LOLL! Als wenn du hier in dem Bus drin liegst, Junge. Na endlich. Alter, in der Fresse, ey. Alter, Peter, ich hab, also, das ist, das war. das war ja stark. Peter, du weißt, du fängst jetzt direkt eine Schelle, ne? Ja, von mir. Oh, scheiße. Aber, der könnte ja erst nehmen. Tatsächlich. Ja, aber, du bist zu tief. Nein! Nein! Zweimal getroffen, ey, dann reicht auch. Nice. Muss ich jetzt aber zurücksetzen, so geht das ja nicht. Oh, yes, das tut mir natürlich leid. Ah, Rings of Rebellion, Sandro, Mann, Mensch, Mensch, Mensch. Von Peter. Und wir haben, Hallo? Hallo? 132 Trilliarden, 456 Billionen, Billiarden, 798 Billionen, 400, 64 Milliarden, 789 Millionen, 164, 1879 Euro. Nicht schlecht, hast du die Zahl vorgelesen, not bad. Also, Jonathan hat damit eine sehr hohe Zahl ins Rennen gerufen. Vielleicht ist das aber auch so. Scheiße, Alter. Also, Jay, sagen wir mal so, in der externen Kamera, ich bin gerade in dir drin. Was? What? Ja. Okay. Hä, bist du gar nicht? Mit der Kamera? ich sehe uns beide. Also, mit der Kamera, Jay, du kannst ja raus und rein. Bist du gar nicht? Als ob du weißt, wo ich bin? Ähm. Loll! Moment. Da bist du! Alter, seit wann liegst du da drin? Nicht ganz seit Anfang. Ich lieg halt da schon seit Anfang. Rotz, ey. Holy shit. Ha, der hing mit mir in den Hut. Alter, Mann. Okay, nice, fuck das, ey. Christian war so stark. Mann. Das war so knapp, ey. Das war halt einfach wieder völliges Stress. Das war krass. Als wenn der jetzt so scheiße ist. Das kann nicht wahr sein. Fuck. Ja, nicht letzter. Als ob er ihn abgesnackt hat. nein. Als ob er mir den abgesnackt hat. Und? Erster. Okay, what the fuck? Nice. Also, du hast gebraucht 17 Minuten und, keine Ahnung, 10 Sekunden oder so. Karsten. Lichtjahr. Oh. 118.000. Oh. Noch schlechter als Bram. Noch schlechter als Sonnenlicht, Junge. Okay. Weißt du, Lichtjahr sucht scheinbar keiner. Ich dachte, Lichtjahr, das ist doch mega gut. Messer. Ein Messer, Junge. Ich war die ganze Zeit überlegen. Manchmal sagt, wie, kann man vielleicht einfach Möffel sagen oder Marmel. Auf Messer bin ich nicht gekommen. Punkte sind ja nur und Dano hat vier Punkte auf sich aufgeholt. Also reicht das nicht. Wenn ich das jetzt richtig gerechnet habe. Gucken wir mal nach. Was wahrscheinlich nicht der Fall ist. Ach, belastend. Fuck you, Bram. Nein, wie geil ist das denn? Das ist doch jetzt. Oh mein Gott. Okay, okay. Aber ich will ein bisschen verrechnen fehlen, aber hat Dalu nicht noch gekriegt. Jetzt weiß ich, jetzt kann man Bram wenigstens ein bisschen besser erkennen. Ja. Da steht der Name drüber, Dalu. Rosa Haare, siehst du die Regen? Wie heißt der Drache? Welche die Zwerge? Jonathan. Bodesschwege. Sebastian. Scheiße. Eier Smokey. Alter Che, ey. Testen, was das war. Und. Yo, Junge, jetzt geht es ab. Oh shit. Oh shit. War das bei uns, Peter, oder war das mal bei Bruder damals, als dass sie die programmierte Fernbedienung mitgenommen haben. Das haben wir gemacht. Und immer den Fernseher auspacken. Das haben wir gemacht. Das war ziemlich sicher bei uns. Ich weiß das nicht mehr. Das war ein Highlight im Erdkundeunterricht, muss ich sagen. Wenn der Fernseher nicht in drei Sekunden an ist, dann machen wir Unterricht. Genau. Der Jera hat uns jetzt droht Unterricht zu machen. Was ist das denn? Und deswegen habe ich keine Ahnung. Da ist doch eine leichte Verzögerung drin. Aber warum bin ich zu dir rumgelaufen? Ja, ohne Witz. Da stand, die positionieren sich automatisch. Du musst nur schlagen. Ja. Einfach immer schlagen. Ja, immer schlagen. Nee. Aber da ist eine Verzögerung. Nee, doch nicht. Oh. Yo, what the fuck? Was? Das ist ein schneller Ball gewesen. Wams, Rückhand. Das ist belastend. Oh Gott. Ich konnte, ich konnte, wegen deiner Animation. Oh, jetzt hat der mich erschossen. Du hast die Spring-Animation gestartet und dann konnte ich nicht mehr die Distanz zwischen unseren Pferden ändern, weißt du? Und dann lief einer auf mich zu und ich konnte sie nicht mehr nach links und rechts, weil der gerade in dieser Sprung-Animation. Und ich voll gerade am Springen und du fährst frontal gegen den anderen. Wie soll das sonst gehen? Easy. Da oben drauf. Ich bin Risikogruppe. Ey! Was war das für ein bisschen Zell? Weg mit der Polizei, ey! Toll, Christian, ey! Zeig dir den mexikanischen Magier. Ja, Oma hat sich weggenommen. Wart war mal rein. Fängen untenbleiben. Ich verfolge Jay. Oh Gott, Alter. Was ist hier gerade? Das ist doch an. No! Jonathan Willian, deine Uschi f*** Muschi Apel, der ist wie Zweiter, nein, du Hurenkind, du Mieserfotzer, jetzt weißt du, wie sich das anfühlt, ne, jetzt weißt du, wie sich das anfühlt, wenn man dem ersten Platz entrissen wird, weil man dann rückwärts tehrt, ne, okay, ich sag mal so, Game of Thrones, schließe ich mal aus, ja, würde ich auch ausschließen, okay, ich weiß es nicht, das ist easy, es ist Game of Thrones, What? Oh ja, scheiße, ist es, ja, keine Ahnung, aber ja, jetzt, oh shit, nein, nicht drehen, was machst du denn da? Mein Frontflügel ist weg, no, ich kann nicht mehr fahren, oh mein Gott, was macht ihr denn da, nicht einfach auf der Strecke, oh, da steht einer auf der Strecke, ich hab dir denn abgefahren, ja, mein Auto ist nur noch Monat, Wait, what the fuck? Hallo, ich kann keine Kurven mehr fahren, ne, kriegst du den Streckel aus, ja, ich muss mal, Alter, vorbei, ach komm, du bist doch ein Blutzer, das kann doch nicht sein, schneller, schneller, ich bin weg, nein, ja, was tut er? Nein, 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 nein Ich hab mal ein Küken platt getreten und es danach in den Busch geworfen. Wer könnte so kaltblütig sein? Peter sagt Dennis Bram. Ah ah, fair enough. Bram sagt Christian. Christian und Jay sagen Jay. Aha. Jay, wieso weißt du nur das? Weil ich halt in einem Piedcast gesagt habe und ich mich daran noch erinnern kann, traumatisch als Kind. Dass ich genau das mal getan habe. Ja, also kennst du diese alten Polizei- bzw. FBI-Autos? Nein! Scheiße, ich hab mich schon wieder gefilmt. Oh Mann ey! Jay knallt hier alles ab ey. Das ist zu much für mich. Das sind alles für mich sind das Leute hier. Das kann doch nicht sein. Ja, das sind doch Leute. Du hast doch Leute gekillt, nur nicht deine Auftragsziele. Alter, ich hab doch wie hier die... auf View mal richtig an Anschlag geballert, damit man auch was sehen kann. Bist du jetzt Özil? Jetzt bin ich Özil, ja jetzt kann ich wirklich 180 Grad, ich seh was hinter mir passiert. Oh mein Gott. Aber ich seh nicht, dass Jay da ist. Nein! Aber du hast nicht gesehen, wie der Weg zu sehen, die jetzt steht. Nein! Perfekt Timing Jay, das würde ich dir sogar ein extra Punkt geben. Das ist wirklich perfektes Timing gewesen, ich seh sogar mal Twitter, wenn passiert. Und tot. Oh mein Gott, Christian! Nein! Good Job, Christian. Oh mein Gott! Ist die nicht Stormborn? Ist die nicht Stormwind? Stormwind? Ne, das ist die Stadt aus WoW-Kinders. Achso. Hä? Wieso hab ich denn auch Sturmwind im Kopf? Okay, ich schließe die Frage in fünf. Ja. Wie macht man denn den Spur? Nein! Oh, ein besonderer Kniff, oder? Fast ohne Fehler die Map gefahren, ey. Das wäre ärgerlich. Ach, scheiße. Komm doch, mach. Einfach die Symptome erhöht in der Öffnung, dass mehr Leute sterben. Ein Infizierter. Meine Fresse. Komm jetzt verreckt du einer Typ, ey. Der eine Typ, der letzte will nicht sterben. Stirb doch, du blöder Zack. Das kann doch nicht wahr sein. Da! Die Bank ist neu gespawnt. Was soll das? Du Hurensohn! Deine Mutter! Du Arschgefickte Wichssau! Alter, was soll das denn jetzt? Ganz ehrlich, hast du kein Problem? Du Spaß nie! Junge, was duchst du mich gegen die Wand? Du Fickfressig! Jesus Christus, Alter, war deine Mutter mit gebumst. Das war ein nice Manöver. Alter, du Wichser. Ja, agenda. Warum ist von einem Try-Up? Ja, ey, jetzt ist mega weg, ey. Scheiße, nein! Hast du den Sprung nicht geschafft? Oh, jetzt sind wir weg! Nein! Nein! Das wäre echt nice gewesen. Ich glaube, wenn du auf die Achterbahn gehst, wirst du totgefahren. Nee, ich glaube, du wirst nicht totgefahren, weil Jay steht gerade ganz oben auf der Achterbahn. Ja! Ey! Ihr Wichser! Fischstäbchen! Das haben wir noch nicht gekocht. Abgedrückt. Wir haben noch nicht Fischstäbchen gemacht. Nee, haben wir noch nicht. Das ist viel zu einfach. Also, ich kann mich auch nicht daran erinnern, dass ich Fischstäbchen gemacht habe. Alter, fuck you. Ja? Oh shit, ich habe Fischstäbchen gemacht. Das war gerade ein paar Kackeiern. Ich will mich gerade komplett auf den Arm nehmen. Alter, was für ein geiler Donut. Einfach abspringen! Jawohl! Als ob er so unehrenhaft ist! Du bist auch abspringen! Arbeit ich im Schuhgeschäft? Ja. Oh. Das heißt, ich habe Vorurteile dicken Frauen gegenüber. Ja. Ich habe Vorurteile gegenüber vielen. Bin ich Elbbandi? Ja. Ja! Alter, wie stark! Dass es der Vertreter in der Tiergruppe ist. Christian. Vogel. Vogel. Oh mein Gott, Alter! Holy shit, Alter, ist das verwirrend! Okay, ich kann dieses Spiel nicht. Zwischendurch ist man so, hä? Alter, Alter! Okay, ich habe 15.000 Mal Alter jetzt gesagt. Ey, mein Brain ist einfach da verwirrt. Oh mein Gott, ja! Oh mein Gott, schreckt! Oh mein Gott, habe ich mich erschrocken! Holy shit! Ist er eigentlich versichert, wenn man ein Ripp kriegt? Ja, keine Ahnung. Dann hast du nur für eine Versicherung. Okay, die Garde von ihm hieß Regenbogengarde. Regenbogengarde? Nein! Nein! Er hat es doch gar nicht versucht zu verstecken, oder? Seine Gesine. Als ob es das Regenbogengarde heißt. Alter! Oh Gott! Denn wisst ihr warum? Weil der schwul ist. Ah! Das ist ja wirklich wie die E-Style, Alter! Man wird die Verstorben für immer in Erinnerung behalten. Niederlage. Ich habe es schon verkackt! Scheiße! Oh komm, wir ziehen den einmal weg. Richtig auf die Lunge. Junge! Jawoll! Mach an die Lunte. Da leuchtet die Latiane. Wir sind ja Fackelträger. So, jetzt ziehe ich mich. Würde ich sagen, ja, aber die Ölfabrik ist recht von uns mittlerweile. Ja, sag ich doch! Soll ich hier durch den Wald fahren? Warte mal, ich gucke mal auf die Map. Guck mal auf der Map, Alter! Wir sind komplett alt! Wir hätten doch andersrum gemusst! Ja, warte mal! Können wir nicht hier zurückfahren? Oh, das ist jetzt wackelig bei selbst. Das wackelt gut ab, Alter! Würde ich nicht so sehen. Ah, nee, der blaue Zeiger hat es recht mit dem Kugel. Oh, was war denn das für ein böser Hit? Immer in das Loch ein, Junge. Oh, nee. Juhu! Rennen einfach. Flieh. Versuch zu fliehen. Ich kann nicht fliehen! Yes! Nein, in eine andere Richtung, Oma! Warum lockt ihr mich da nichts weiter? Wann? Oh, Alter! Ja, genau! Alter, jawoll! Ich bin voll gefickert. In einem Zug werde ich komplett gefickert. Heilige Scheiße! Machen wir mit oder ohne hauen? Mit. Das weiß ich nicht. Mit? Ja, warum nicht? Ich lasse einfach weg hier. Scheiße! Komm ran, wir müssen ja jetzt zusammen schmacken. Wir waren ja jetzt zusammen. Wir müssen nicht wegmachen. Danach können wir uns wieder runterkriegen. Warum gegen mich? Weil du vorne bist. Das bringt nichts, wenn wir uns jetzt aufhalten gegenseitig. Ja, das stimmt. Ja! Aber bei Pyramidum steigt deine Gifte wieder. Oh, what the f-? Ach, dann ist Takeshi's Castle oder so. Äh, na, so ehrlich. Geil! Ich find's geil, selbst wenn du halt was falsch machst, dann kriegst du halt was lustig. Ne, ich mach mal absichtlich mal was falsch machen, damit du die lustigen Gifte hast. Scheiße, ich hab den nicht getroffen. Da. Fall um. Sei tot! Ja, okay, da war mein zweiter Schuss. Meiner auch, ich hab mit drauf geschossen, weil ich dachte, so kam den Snack, ich bram weg. Nenne jemanden, der an einer Schule angestellt ist. In Klammern. Lehrer. Es ist nicht dabei. Erstes, äh, wird heißt erstes Kreuz. Cool, dann darf ich und du darfst die Frage weiter vorlesen. Nenne jemanden, der an einer Schule angestellt ist, in Klammern, außer Lehrer. Sorry, Bram. Sepp, ich nehm jetzt auch noch ne Strecke, die wir so selten fahren. Die fahren wir echt nicht so häufig, außer es, also. Aber für manche Dinge gibt's ja auch nen Grund. Ja, aber wenn die Community sich das wünscht, weißt du, wir sind ja ne Demokratie. Also, ich hab das in den Kommentaren gelesen, aber ich glaub, das hat sich keiner gewünscht. Siehst du, Jonathan ist auch demokratieoffen, also. Ah, so tja, ah. Was hast du gefröhnt? Bram, ne! Du hast dich doch demoliert! Jay ist nicht in Tee gekommen! Ich hab dich nicht mehr, ich bin jetzt so. Meine Leiche ist durch sieben rollt! Freud und Leid liegen sehr nah beieinander. Frauen waschen sich die mehr als immer die Woche. Ich bin jetzt davon ausgegangen, dass Frauen die längeren Haare haben als Männer in der Regel. Ich beginne erstmal damit, dass ihr beide habt. Ich glaub nicht, nur während der Regel. Boah, Alter, der Jux, ey! Boah, eine richtige lustige Folge, ey. Baa, Baa, Baa! Verfickte Fickscheiße, Mann! Guck mal, wie gut das passt. Oh, die Rundumleuchte hab ich ja gar nicht angehabt. Die Leute wussten gar nicht, dass hier gearbeitet wird. Geschaut, der Zuschauerierra abschilt, bis bald auf, Baa 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 Baa.